Lass uns die Zeremonie starten. Ich will Voodoo-Pirat werden. Bist du dir da ganz sicher? Wenn du einmal den Weg des Voodoo gehst, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Ja, ich bin mir sicher. Ich will Voodoo-Pirat werden. Gut, dann folge mir. Es ist alles bereit. Gehe jetzt in dich. Loko. Inakos. Pharah. Uxmal. Hike. Hike. Pharah Uxmal e Inakos. Lokomoto. Ah, wer ruft uns? Ein Guccio. Was will er von uns? Ihr habt eure Zeichen wieder. Jetzt verlange ich eure Macht. Hört ihr? Er verlangt. Er soll niederknien. Wartet. Sein Geist. Was ist mit seinem Geist? Ich kann ihn nicht spüren. Ich auch nicht. Er. Sein Geist ist im Reich der Schatten. Ja, genau darum geht's doch bei dieser Scheiße. Dein Wille scheint ungebrochen. Das ist ungewöhnlich für einen Verlorenen. Also, ich habe das Zepter besorgt. Ihr seid erschienen. Jetzt werdet ihr mich eure Zauber nähren. Hm. Nun gut. Ein solch starker Wille könnte uns nützlich sein. Wir werden unsere Macht mit dir teilen. Und du wirst uns helfen, die Schatten aus unserem Land zu vertreiben. Der angemessene Preis für die Macht unseres Vodou. Tja, ich schätze, ihr habt einen neuen Krieger. Wir werden deinen Ruf erhören. Nun denn, Gutscho. Hier ist das Zepter der Ahnen. Nutze es zu unserem Wohl. Du bist nun einer von uns. Ein Kieler. Geh und schütze uns vor dem Übel, das vom Meere kommt. Du hast recht. Es wird Zeit, dass ich mein altes Schiff wieder befehlige. Ich bin jetzt stark genug. Ja, Gutscho. Mögen unsere Ahnen dich leiten.